Oh, ich seh auch gar nix, wir gehen die ganze Zeit auf der Leiter später Ja, dann halt doch deine Fresse Ey, was ist das hier für ein Sprung? Ja, hau ab! Ja, nee, lass mich mal... Ja, ich mach doch nix! Äh, geh du mal einen Schritt nach vorne Nee, dann spring ich gleich runter, hab ich keinen Bock drauf Ist jetzt nicht so schwierig, ne? Find ich schon Ach, ist ja auch einfach nur der Arschgeburt, oder? So, ich würd sagen, einer wartet hier Obwohl, eigentlich müssen beide hier warten Kann einer da oben den machen Wo ist ne unten der Leiter? Sieh sie hier Wir machen den beide, warum mach ich den denn nicht? Verküttes Arschloch Oh, scheiße! Das ist aber ne ganz schöne Scheiße Junge, du bist so ein Nazi, Alter! Ich hab überhaupt nix gemacht, Alter! Ahhhh! Oh lol, ey! Junge, du hast mich angefangen zu schlagen Aber hat mich... Einmal, du Drecks! Ich muss jetzt mal, ob wir richtig hinsetzen Wenn man sich da machen Da wär mir fast was rausgerückt Versag's doch einfach alles so neu Ich weiß nicht Solange es nicht das Endwort ist Ne, 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 doch wär's Doch wär's Ah hier? Ah hier? Ah hier? Ah hier? Ja, halt die Frisse Goofy Hahahaha Ich fresse Goofy Was? Goofy Du hast auch Goofy Goofy gemacht Ey, ich krieg den Sprung da gar nicht hin, Mann Ich war grad ein bisschen zu... Ich will jetzt nicht inkompetent sagen, aber... This is how Beacon is supposed to be! Oh fuck man, wieso lass ich den Schiff close Wenn ich da verwechselst du vor die Tassen, ne? Ja fuck my life, ey, werd ich dazu auch sagen Oh, was ist denn das hier, Mann? Da hat der so eine asoziale Lücke noch eingebaut Ja, 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 dann hab ich den richtigen Scheiß gemacht, ey Alter... Der Raum sieht so scheiße aus, ey, weil er einfach schon wieder kein Checkpoint hat And the head is gone, the head, head, head Ey, dann guck dich mal den Scheiß rauchen, weil der keinen Checkpoint fand Der raucht, der hat echt Arschhase von seiner Mutter geraucht Seiner Mutter Seiner Mutter ihre Arschhase LOL LOL Ja, dann mach Nee Ich fall bei nem Ecksprung runter, ey, verbrennt mich bitte Ecksprung Ja, das ist einfach so 100% Ach ja, ich nehm übrigens gerade auch ein 60fps auf, ne? Auch in 4K Also, so Wenn ihr das ein bisschen genießen wollt, dann schaltet ruhig mal auf 4K Pass auf, jetzt laden wir auf das Video auf 480, oh Das wär ja so der Troll, ey Das ist so ein Troll Scheiße, verdammt Juhi, ey So... Ihr könnt jetzt übrigens auf unserer Facebook-Seite abstimmen, wer die Challenge zuerst macht Was? Weil das in diesem Paar noch nicht verraten wird Kann ich jetzt schon sagen Oh, scheiße, ne? Joa, 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 meiner Müsste einfach mal weggehen, ich will das hier mal in Ruhe machen Ja, ich sag auch, ey Joa, geh mir nicht auf den Jagdorn, alter Sapir Ey Ich krieg's nicht hin heute Ich bin einfach viel zu nervös bei Form Ich hab mir so Wayne hinter mir gesagt Sandro Sandro Jascha Sascha Janosch Joshua Alter, ich bin gerade richtig wickrig, Mann Na, nirgends Na, nirgends Ja, nirgends Ja, nirgends Ja, nirgends Ja, nirgends Ja, nirgends Ja, nirgends Du bist nur mit deinem Arschgefickerei Bist du jetzt hier mal auf den Penis Deinem Arsch Ach, ich bin grad voll unkonzentriert, so jetzt mach ich das Guck mal, ich brauch mich nur einmal konzentrieren Und die Challenge sind in 5 Minuten fertig, Mann Nee, sieh mir nicht Ja, okay, dann halt in 10 oder so Oder in einer halben Stunde Fuck Ho ho Guck Ho ho Hi hi Ho ho Hi 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 Michael Jackson Hi hi Warte, Alter Und gibt's bei euch auch was Neues? Wenn bist du inzwischen Polizist Alter Aaaaaaah Bitte, was bin ich? Bist du inzwischen Polizist? Nee, immer noch Immer noch erst Ist die Aufnahme schon so... Die letzte Aufnahme ist schon so lange her Nee, Februar, März erst Wenn nicht sogar noch später Nee Die Aufnahme ist schon so lange her Wenn es Polizist, ich bin Physiker Aber das haben wir jetzt inzwischen im zweiten Semester Oh ho ho Das wär ja so richtig Ist im zweiten Semester Machen wir in drei Jahren so eine Aufnahme? Ja, also ich bin Polizist Ich bin schon Hauptkommissar GMS Physiker Gibt auch Vorlesungen und alles anderes Ja, im zweiten Semester Ja, das sind fast die Klausuren Äh, das sind fast die Klausuren Also wer da besser gesagt hat Ist er jetzt schon fast im dritten Semester Ganz heftiger Sprung Regaliere, Alter Auf jeden Fall Wie geht denn der, Alter? Alter, ich bin grad voll unkonzentriert, meine Ich krieg nicht mal die ersten zwei Sprünge Ja, Cree würd ich dazu sagen Cree bei drei Likes, ne? L-l-l-lan, ey Wobbelgott, erzähl es mir! Darf ich auch mal den Wobbel, den Spizzle, mein Nizzle Ach, ich fall jedes Mal runter, ne? Oh, Stizzle, mein Nizzle Oh, das ist doch noch verpissig, Mann Piss dich selbst Muggel Oh, Alter, dieser Wobbel, ne? Das ist so serious business Junge, wer lebt im Dschungel und schummelt? Döckbach Ne, Muggli Was? Das war nie möglich, Junge Ne, der ist möglich Welcher? Den Sprung, Alter? Welcher? Bei welchem warste? Ja, wohl das Spiel Jump on the Pillar, oder so Hey, easy gemacht, ey, ist doch nicht schwer Easy snack Alter, aber echt's nicht Alter, ich krieg, ich spring nicht mal ab Das ist so schlecht, ich grad ne Sprüge Man of Steel Ihr lenkt mich, ihr lenkt mich einfach ab, gerade mal Lenk Ein Lenkdrache Ihr lenkt mich ab, nein Junge, wie geht's denn dieser? Lenkdrache Sprung Verpisst euch einfach alle, ne? Ich schlag euch die Fresse ein, jetzt Junge, bleibt doch unten, Mann Warum gehst du denn jetzt auch noch nach oben, du schwörst? Wegen der Sicherheit, du scheißgeburt, ey Nichts ist daran sicher, wenn da zwei auf einem Klotz stehen, Mann Malogenpogen, äh Alter, ich krieg's echt nicht hin heute Uff Jetzt brauch ich mal wieder nen Durchbruch hier Achso, Leute, wollen wir's verraten? Wollen wir's verraten? Na, ihr wisst schon, soll ich's verraten? Ja, komm, sag's einfach LOL Also wir haben uns überlegt, ähm, aufgrund der vielen Zuschauer, dass wir in Minecraft Parkour ein kleines Battle machen, also ein kleines Turnier Anmeldungen, wann werden wir, äh, wann wollten wir die machen? Nächsten Monat irgendwann? Ende nächsten Monat? Könnt ihr euch anmelden? Ja, genau Also dazu müsst ihr einfach nur unter irgendeinem unserer Videos sozusagen drunter schreiben, ob ihr teilen wollt Wir überprüfen dann, äh, wir schreiben euch dann sozusagen eine Mail Okay, bitte packt also eure Handynummer Auch euren Wohnort, euren vollen Namen bitte Kontostand und Kontonummer Ja, aber ehrlich, macht einfach, äh, hier, schreibt einfach einen Kommentar und wir werden dann nach euren Kanals überprüfen, ob das geht Dann schreiben wir euch eine PN, wenn YouTube, dass ihr teilnehmen könnt oder auch eben nicht, wenn ihr nicht unseren Regeln entspricht Die Regeln sind natürlich, dass ihr keine Nazis seid oder komplette Nazis seid Was sag ich da? Was du laberst, Mann, ey, wir wollen jetzt hier das Turnier veranstalten, ne? Es kauft uns schon wieder kein Abonnent ab, dass wir wirklich eins machen Ja, ne, wir machen wirklich eins Das war natürlich gerade nur eine Übertreibung, also, ja, schau's einfach in die Kommentare Das war ein Superbel als Spielmittel dort eingebaut So, und bis wann hatten wir jetzt gesagt, ist die Teilnahmefrist, die Teilnahmefrist? Äh, ich würde sagen, das verkünden wir nochmal im nächsten Video Wir müssen noch überlegen, wir wissen noch nicht genau, wie viele am Ende teilnehmen sollten Weil es werden wahrscheinlich hunderte Bewerbungen einkommen Also, da berechnen wir auf jeden Fall Also, wir wollen eigentlich nicht über die drei